Ja, ist jetzt gut. So, wie fehlt der aus? Perfekt. Hat der Bogen eine Reichweite? Vier. Und der? Auch vier. Fuck. Okay. Das war's für heute. Okay. Du gehst dann hier rüber. Okay. Das heißt, das ist mein Mega-Angriff stark genug. Ja. Ah, wir haben Bluetooth. Okay. Und sie muss ganz zum Schluss dazu kommen, damit ich nochmal geheilt. Nee, warte, pass auf. Der Lead braucht nicht so groß Hilfe. Das hat jetzt nicht so viel gebracht, aber okay. Okay. Geschafft. Okay, ich habe keine Ahnung. Okay. 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 Das ist kein Online-Forum. Wer hat das geschrieben? Oh, ernsthaft? Schon? Pass auf. Oh, die sind schlecht. Wir können das jetzt schon beenden. Mhm. Okay. Okay. Das war's schon? Okay. 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 Wenn ich eurem Team beitreten könnte, könnte ich meine eigene Farbe aussuchen? So, was kann man denn mal noch an Equipment ersetzen? Die Anzüge sind noch ziemlich schwach, bis auf den halt vom Lead. Das heißt... Skill Region, was macht das denn? So, was kann ich denn craften? So, was kann ich denn craften? Ne? Ne? Ja, so ziemlich. Außer, was sind das für welche? Wahnsinn. Da. Ich könnte vier neue machen. Aber ich glaube, ich kann sogar fünf neue machen, wenn... ich brauche dafür fünf von denen. Ja. Was machen die aktuellen? Da steht jetzt leider nur plus zwei Movewind, was eigentlich ziemlich praktisch klingt. Das ist 40 HP. Ja, ich glaube, das kriege ich durch den Anzug wieder rein. Ich glaube, es ist generell einfacher, wenn wir eine höhere Reichweite haben. So, und das gleichen wir halt mit den Anzügen jetzt aus. Ich verstehe immer noch nicht, was Crafting Raid macht. Ich glaube, das Shop, den können wir uns euch auch mal holen. Ja. 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 Steven McPhilippe, irgendwie kommt er mir bekannt vor, aber ich komme gerade nicht drauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Was? 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 Kommt der jetzt als echter Ranger, also als Gaststar halt, das wäre irgendwie ziemlich cool. Zwei Feinde müssen wir gleich am Anfang besiegen, brauchen 500. Mathematische Axt, was? Also, auf irgendwas spielt das an, aber ich komme gerade nicht drauf, aber es wäre irgendwo bekannt vor. Pass auf, da wir zu 6 sind, können wir auch mehrere solche Doppelangriffe machen. Wir können schon Warflamisieren. Jetzt müssen wir alle Minions besiegen, ne? Sollen wir zumindest. What? Egal, die sammeln sich jetzt sowieso wieder alle. Bis auf R. Pass auf, du machst mal deinen Square House Kick. Was ist praktisch, wenn die sich jetzt so weit bewegen können? Reicht das? Ja. Okay, und er kann sich nicht so weit bewegen. Okay, und er kann sich nicht so weit bewegen. Ah, der ist, ja, der ist gestunt. Okay. Warte, nee, du hast das heftige Schwert, ne? Pass auf, dann gehst du hier rüber. Okay. Okay. Na, komm. Ich brauche ne... Mann, ich kann nicht sehen, ob ich es richtig mache. So. Pass mal auf. Oh, das reicht eigentlich, wenn... So, du machst dich mal nützlich. Und das hat ihn nicht getötet, WTF? Der Heal-Duken. Der Heal-Duken. Okay, du breitest ihn schon mal ein bisschen vor. Und danach möchte ich mal so einen Sechster-Angriff machen. Finish it. Mein Friedrich. what? Ah, passt auf, ich glaub, der hat sich gerade sein eigenes Bug geschaufelt, weil, das ist eine kosten-, ja, das ist eine Free Action. So, die können sich nämlich jetzt immer noch bewegen, aber wir haben nicht so viele, doch haben wir, doch haben wir, alles gut. Ach, die machen jetzt automatisch schon einen, ah, okay, das wusste ich nicht.